Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 27. Mai mit Zoe Tessovali. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Überwältigend waren die Reaktionen nach dem Angriff auf die beiden Politiker der Grünen. Anfang Mai wurden der Bundestagsabgeordnete Kai Gehring und Bürgermeister Rolf Fliss von den Grünen auf offener Straße angegriffen. Rolf Fliss hat sehr viele positive Reaktionen bekommen, aber auch negative. Aber ich habe auch Hassmails und Morddrohungen erhalten. Nur wenige, aber diese wenigen habe ich zur Anzeige gebracht, weil das geht nicht. Ich weiß, dass die Bedrohungslage auch für mich gewachsen ist. Ich versuche sie weitestgehend zu ignorieren. Die Polizei und der Staatsschutz suchen die Angreifer immer noch. Die Ermittlungen laufen, sagt die Polizei auf Radio Essen Nachfrage. Schlechte Nachrichten für Autofahrer. Die Bottroper Straße bleibt in Richtung Innenstadt, doch länger gesperrt als geplant. Dort hat es vor zwei Wochen einen Wasserrohrbruch gegeben. Als die Stadtwerke den Boden quasi aufgemacht haben, haben sie eine größere Unterspülung festgestellt. Deswegen muss die Leitung auf ungefähr fünf Metern erneuert werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Juni dauern. Autofahrer werden weiterhin über den Sultakamp umgeleitet. Die Essener Polizei sucht aktuell mit Fotos nach einem mutmaßlichen Räuber. Er soll Ende Februar erst eine Tankstelle und anschließend einen Supermarkt an der Stählerstraße in Huttrop überfallen haben. Dabei soll er in beiden Fällen eine Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht haben. Bei der zweiten Tat hat der Mann sogar Geld erbeuten können. Fotos und eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters findet ihr auf radioessen.de. Für welche Partei würden Kinder bei der Europawahl stimmen, wenn sie schon wählen dürften? Das zeigt die U16-Wahl und die startet heute in der Zentralbibliothek in der Innenstadt. Mitmachen dürfen Kinder zwischen 10 und 15 Jahren. Für sie ist die Wahl eine gute Übung. Sie ist aber auch immer ein Hinweis an die Politiker, dass sie sich für die Interessen junger Menschen einsetzen sollen. Das Wahllokal bleibt die nächsten beiden Tage von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Beach Week auf dem Kennedyplatz ist gut angelaufen. Bei dem Event gibt es verschiedene Volleyball-Turniere und buntes Programm. Mitveranstalter Simon Schulz freut sich über den positiven Start, sagte er uns. Es läuft gut, keine Verletzungen und gutes Wetter. Jetzt bin ich dabei zufrieden. Jetzt ist viel los, jetzt ist es gut. Soweit die Sonne raus ist, kommen die Leute auf. Wir haben die Musik aufgedreht. Wir sind mit vielen Leuten hier dabei. Und ja, wir können uns das nicht besser wünschen. Das große Finale ist dann am nächsten Wochenende. Dann seht ihr die nationale Spitze im Volleyball live auf dem Kennedyplatz. Und wir bleiben beim Sport, denn auf die Fans von Rot-Weiß Essen wartet auch ein echtes Highlight. In der Saisonvorbereitung trifft RWE auf den deutschen Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen. Am 26. Juli, also in fast genau zwei Monaten, kommt Star-Trainer Xabi Alonso mit seiner Werkself ins Stadion an der Hafenstraße. Ob dann auch zum Beispiel Stars wie Florian Wirtz in Essen auflaufen werden, hängt vom Abschneiden der Nationalmannschaften bei der Europameisterschaft in Deutschland ab. Und das war überregional wichtig. Wegen Spionage für Russland hat das Oberlandesgericht Düsseldorf einen früheren Bundeswehroffizier zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach den 54-Jährigen der geheimdienstlichen Agententätigkeit zusammen mit einer Verletzung des Dienstgeheimnisses schuldig. Laut Anklage hatte er aus eigenem Antrieb Informationen an russische Geheimdienste übermittelt. Der Beschuldigte hatte die Vorwürfe weitgehend gestanden. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt und einzelne Schauer oder Gewitter sind möglich. Ansonsten gehen die Werte zurück auf 11 Grad. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt es dann wieder morgen früh ab 6 Uhr hier bei Radio Essen. Ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Abend und eine schöne Woche. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war der Tag in 5 Minuten.